Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Du, da vorne ist die Piste fertig. Du, wir sollten anhalten. Du, da vorne ist die Piste fertig. Schau, noch 20 m. Jetzt sind wir schon im Gras. Du musst schütteln. Oh, schau mal! Oh, schau mal! Schau mal, die Leute! Die Leute von der Schrebergärte, wie sie davon sind. Willst du ein bisschen Tee? Willst du nicht ein bisschen Tee? Nimm doch ein bisschen Tee. Wieso willst du jetzt keinen Tee? Wir haben ja Tee. Jetzt, wo wir Tee haben, willst du keinen. Und wenn wir keinen haben, willst du Tee? Also nimm doch jetzt Tee. Ich nehme ein bisschen Tee. Also immer zuerst den Namen angeben. Wie ist der Name? Keller. Mit Sika. Ah, normal. Ja, das sagt man es gerade am Anfang. Liebe Gartnerverbandsfreunde. Liebe Würmle-Sammler. Und liebe Schnittlauch-Architekte. Möge! 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 Möge der Dünger und Süwig verbinden! Möge! Nicht zweimal, gell? Nicht zweimal! Möge! Oh, jetzt mache ich ja mal einen Gag. Polizei-Hauptwache. Hier spricht der Automat. Sprechen Sie auf mein Zeichen. Piep! Im April. Im April. Im April. Da sage ich zu viel mehr, als man will. Vorgestern hatte ich auch das Rohr so und der Motor ist noch gelaufen. Dann hat es bei einem Mann das Tupet an die Däsche veröffentlicht. Ja, ihr müsst jetzt so hinten und draus und draus und draus und draus und draus und draus. Ihr müsst auch so draus und 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 draus. Und nachher, wenn ihr die Voraus habt, könnt ihr draus und draus draus draus. Ich gehe so draus und komme jetzt einen Bläser kaufen. Aber einen richtigen Bläser. Und zwar mit dem Geld von Blatter. Ja.